Also die Aufgabe 2 ist ziemlich wichtig. Ich habe hier, die müsst ihr echt verstehen, ich habe hier mehrere Vektoren, das ist hier der Vektor B, der Vektor A, gut, und hier C. Und jetzt soll ich zum Beispiel A, G ausdrücken durch diese ganzen Vektoren, also A, G, hier ist A, hier ist G. Das heißt, ich stelle mir das vor wie so ein Pirat. Lieber Pirat, wie kommst du von A nach G? Welche Anweisung? Und dann könnte ich jetzt zum Beispiel so diesen Weg hier laufen, jetzt ist das ein bisschen dick, machen wir was anderes, so genau, also diesen Weg könnte ich laufen. So, dann laufe von A nach B, läufst du am besten, also ich schreibe jetzt hier so A, G, A, G ist gleich, laufe ein Minus C, Minus C, weil C ist ja ein Vektor, C wäre auch hier, und du musst aber in die andere Richtung laufen, also ein Minus C, okay? So, dann laufe dieses Dings da, und das ist Minus A, Minus A, weil, also A wäre, also A kann ich überall hinsetzen, A wäre jetzt auch, also das ist auch ein A, A heißt ja, G 7 Meter nach links, ja, und das hätte ich hier auch, also Minus A. Und dann läufst du ein B, weil B heißt einfach nur, laufe zwei Meter nach oben, also plus B, plus B, und das ist jetzt die Aufgabe, und die andere macht das selber.